Hallo und herzlich willkommen Willkommen zurück, liebe Petmos, zu Petmos Podcast und der Nachbesprechung von Downton Abbey A New Era, dem zweiten Downton Abbey Film. Neben mir sitzt wie immer die herzallerliebste Isa. Hallo und neben mir sitzt natürlich meine liebste Mona. Oh, hallo. And welcome back again. Ja, die Ära ist wirklich fast zu Ende, Isa. Es ist krass, oder? Also wir haben eben ganz schnell nochmal so ein Recap, also auf unserer Blu-ray ist so ein Recap drauf. Von der Serie selber und quasi ein Ausblick auf Film 1. Irgendwie das war anscheinend der Trailer für Film 1 oder so. Und das war echt wild. Also ich meine, es war eine sehr schnelle Zusammenfassung, aber es waren so die einzelnen Handlungsstränge von den Hauptcharakteren so ein bisschen drin. Und ich fand das echt, also es war krass, oder? Also irgendwie war das so, man hatte auf einmal so dieses Gefühl von Nostalgie in sich und es war schon wild. Also das, wo man denkt, boah, das war jetzt auch schon eine Reise, die wir unternommen haben mit euch zusammen. Man hat auch nochmal gut vor Augen geführt bekommen, was in dieser Serie eigentlich alles passiert ist. Und man muss dazu sagen, also diese Zusammenfassung war wirklich short. Die war auf das absolut Wesentlichste heruntergebrochen. Ja, definitiv. Also einige Storylines waren ja auch gar nicht richtig dabei. Wir haben keine zu Daisy zum Beispiel gesehen, die ja eigentlich auch eine Storyline hat. Genauso wie die von Mrs. Padmore. Aber wir haben nochmal eine Zusammenfassung von Edith, Mary, Sibyl bekommen. Genau. Wie Barrow sich, also wie Thomas sich verändert hat. Genau, Matthew und Michael Gregson waren noch mit drin. Dann natürlich Mrs. Hughes und Mr. Carson. Wie das so alles entstanden ist. Aber zum Beispiel Cora und Robert waren relativ wenig sogar noch drin. Und also zu Cora gab es gar nichts so richtig, außer dass sie dann hier diese Sache mit der im Hospital Vorstand angenommen hat und so. Ja, aber Isabel und Violet waren natürlich mit drin. Mit der Merton-Geschichte noch so ein bisschen dabei, ja. Und überhaupt ihre kleine Frenemy-Geschichte, ne? Ja, ja. Ja, schon schön. Ja, schön, krass. Schön synchron. Ja. Ja, es war wirklich sehr schön. Also man hat sich da doch an schöne und schlimme Sachen zurückerinnert in dem Moment. Ja, krass. Aber wir wollen heute auf jeden Fall natürlich Film 2 nachbesprechen für euch. Wie es uns gefallen hat, wie es euch gefallen hat und so weiter. Und dann wollen wir uns noch ein bisschen Bonus-Material, also so Deleted Scenes angucken und die für euch ein bisschen zusammenfassen. Wir hoffen, dass euch das dann auch ganz viel Spaß macht, weil wir sind sehr gehypt. Also beim letzten Film haben wir das ja auch schon gemacht. Und da hat es auch schon ziemlich Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, blicken wir in der nächsten Woche quasi in unsere neue Ära von Petmos Podcast mit euch. Und wir freuen uns schon richtig doll und wir freuen uns auch über das rege Feedback von euch, weil ihr uns auch schon einige Mails dazu geschrieben habt, wie sehr ihr euch auf das neue Kapitel freut. Und wir sind sehr happy, weil wir haben natürlich gemischte Gefühle dazu, weil wir haben natürlich Angst, dass jetzt auf einmal uns viele HörerInnen wegbrechen. Wir haben, andersrum hoffen wir natürlich darauf, dass unsere Community noch weiter wächst, dass wir noch mehr tolle Menschen dazu gewinnen können. Man weiß das aber alles nicht, weil Bridgerton ist ja dann doch schon ein bisschen anders als Downton Abbey. Ja, deutlich weniger historisch korrekt. Also eigentlich gar nicht. Bunter. Viel bunter, ganz anders drauf. Aber vielleicht ist das auch mal ganz schön. Man hat mal ein bisschen weniger ernstes Drama, sage ich jetzt mal. Und hat dann so eine kleine, ja sagen wir, es ist jetzt übertrieben, aber so einen kleinen Comedy-Ausblick, sage ich mal, auf die Sache. Und danach kann man dann ja wieder zum Beispiel ein Rewatch starten oder eben zu anderen historischen Serien vielleicht mal zurückkommen oder auch zu was ganz anderem oder zu Büchern. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen Buch- und Serien-Podcast werden vielleicht. Ja, deswegen, wir sind sehr gespannt und wir hoffen dann natürlich auch weiterhin auf riesiges Feedback von euch. Vielleicht muss dann auch unsere Begrüßung immer lauten, sehr geehrte HörerInnen, Scha. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und vielleicht sind wir dann auch am Ende jeder Folge Lady Whistlemore. Lady Whistlemore. Und wieder zugeschlagen. Weil Whistledown wird ja, also klar, das wäre für die Serie akkurat, aber weil wir ja nun mal einfach Patmores Podcast sind. Also Patdown, finde ich, geht nicht. Patdown klingt komisch, ja. Daher Whistlemore. Ja. Könnt uns ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Aber Whistlemore klingt wie Macklemore. Say what, what, what. Schön. Okay. Das macht ja jetzt schon Spaß, ne? Aber bevor wir in unsere Nachbesprechung overall starten, würde ich sagen, wir grüßen und bedanken uns nochmal herzlich bei unseren daunten Mäzeninnen. Und die nenne ich dann jetzt auch in diesem Zuge noch einmal. Wir danken ganz herzlich Lady Savick, Lady Freshwood, Lady Hase von Kerbernock, Lady Melody, Lady Rockular, Layout Emlyn, Lord Daniel und Stormy Girl. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr an unserer Seite wart so lange bisher und wir hoffen natürlich auch weiterhin. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf ganz, ganz viel mehr Content mit euch und dass ihr den Podcast eben ein bisschen besser macht mit jedem Mal. Also das danken wir sehr. Und wir haben natürlich einen riesen anderen Dank an Lady Savick, die uns ein super süßes Paket geschickt hat. Ja. Vielen, vielen Dank, so ein kleines nachträgliches Geburtstagspaket. Wir haben uns sowas von gefreut und waren richtig so gerührt, wir waren so, oh, wie lieb, das ist ja so schön. Also wirklich, vielen, vielen Dank, das war toll. Also wirklich, da auf einmal so ein dickes Paket zu bekommen, waren wir so, oh, was ist das denn? Hä, Post? Und ich sitze auf der Arbeit, guck mal kurz so aufs Handy und denke, Liebe aus München, Moment, verspätetes Geburtstagsgeschenk, Sekunde. Ja, einfach nur genial, ey. Ich hatte Mona dann, als ich von der Arbeit kam, direkt ein Bild geschickt, die so, Mona, guck mal, wir haben ein Paket bekommen. Ja, richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank dafür, wir haben uns mega doll gefreut. Also es hat auf jeden Fall sehr unseren Geschmack getroffen. Ja, wir haben es natürlich auch gerade schon ausgepackt, beziehungsweise Isa hatte ihr schon ausgepackt, ich habe es gerade live getan. Und natürlich wird mit Max und Jascha geteilt. Ja. Versprochen. Zumindest die Süßigkeiten. Zumindest die Süßigkeiten. Das Notizbuch benutze ich selber. Das wollte ich kurz sagen, das ist mein Sinn. Ja, wahrscheinlich werden da unsere Pen-and-Paper-Reisen drin verewigt. Gehe ich auch von aus, ja. Aber war ja auch schon sehr mit den Stickern dazu, mit den W20, das passte schon sehr. Oh ja. Ja, da sehe ich uns. Sogar sehr. Vielen lieben Dank. Ja. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal mit unserer Nachbesprechung für die Folge an. Beziehungsweise, Mona, wir haben ja noch eigentlich exciting news, ne? Mhm. Es wird ein bisschen konkreter, also die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, aber so wie das aussieht, werden Isa und ich uns Ende Dezember einmal auf den Weg nach München machen. Ja, richtig. Da wird nämlich ein Konzert stattfinden. Mhm. Und dieses Konzert wird unter anderem live bei Twitch gestreamt. Das wissen wir alle so schon. Also so ein paar Facts können wir euch schon mal sagen. Ganz detailliert werden wir dann in einer kleinen Sonderfolge dazu darauf eingehen. Also hört euch die auf jeden Fall an. Ja. Weil da gibt es auch wahrscheinlich, also das ist auch noch nicht alles ganz durchgesprochen, aber wahrscheinlich die Möglichkeit für euch, Tickets zu gewinnen für dieses Konzert. Und uns da zu treffen. Es wird ausgerichtet vom Bayerischen Rundfunk. Es ist wirklich ein großes Ding. Also Leute, es ist krass. Also wir haben, wie gesagt, wir können euch noch nicht alles erzählen, weil wir im Moment alles noch, auch rechtliche Sachen müssen noch geklärt werden und so weiter und so fort. Aber der Bayerische Rundfunk hat uns gefragt, ob wir zu diesem Konzert kommen wollen, ob wir uns das mit angucken wollen, ob wir da live auch was sagen wollen dann und so. Also es wird, wie gesagt, live auf Twitch gestreamt. Das heißt, jeder, der vielleicht nicht dran teilnehmen kann oder so, der kann es dann zumindest sich die Liveaufnahme oder den Livestream angucken auf Twitch. Und da hoffen wir natürlich ganz, ganz viele von euch zu sehen dann. Wie gesagt, Details wird es dann bald geben. Wir sind super aufgeregt. Wir sind super excited, weil das wird wirklich ein echt krasses Ding. Also das wird ein großes Ding und wir fühlen uns so was von geehrt, dass wir da dran teilhaben dürfen und dass wir eben diese, ja, diese Verlosung wahrscheinlich auch mitmachen dürfen und so weiter. Und wie gesagt, und wir hoffen natürlich, dass viele dann teilnehmen und viele vielleicht auch Tickets gewinnen, weil es wird nicht nur bei uns wahrscheinlich verlost, sondern auch noch woanders. Und das werden wir euch dann auch alles sagen. Und wenn dann natürlich viele von unseren HörerInnen da sein werden, dann können wir euch natürlich auch live treffen. Und das wäre halt mega cool. Also wir wissen ja, dass wir ganz, ganz viele im Raum Bayern und so weiter auch an HörerInnen haben und natürlich auch überall auf Deutschland verteilt und im Dachbereich. Also allgemein im ganzen Dachbereich. Und ich denke, für viele wird es auf jeden Fall auch vielleicht möglich sein, da hinzukommen. Ja, wie gesagt, haltet die Augen offen. Wir werden auf Instagram was posten. Wir werden hier noch eine Sonderfolge zu machen. Wir werden es ab jetzt wahrscheinlich in jeder Folge mit erwähnen. Ja. Damit möglichst viele wirklich da auch drauf aufmerksam werden. Und Leute, wir sind aufgeregt. Wir sind excited. Ohne Scheiß. Also wir waren sowas von, ja vom Donner gerührt am Anfang, wie man so schön sagt, als wir diese News bekommen haben. Wir haben es erst gar nicht geglaubt. Ja. Dann hatten wir das erste Gespräch und wir waren danach wirklich beide erstmal so andächtiges Schweigen. Dann guckten wir uns an und es war so, okay, oh mein Gott, das machen wir, oder? Aber dann war es halt auch dieser nächste Moment mit, okay, das war es dann wohl mit unserer Anonymität im Podcast. Ja, krasses Ding, Leute. Uh, wir sind aufgeregt. Also haltet wirklich die Ohren offen. Wir sagen euch dann bald noch mehr mit genauen Details. Ja. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Besprechung von, ja, von dem Film 2, A New Era. Genau. Ein bisschen was haben wir ja schon am Ende des Films gesagt. Aber ich wiederhole es an der Stelle auch nochmal, weil so overall, wenn ich jetzt beide Filme direkt miteinander vergleiche, bleibe ich dabei, dass mir der zweite besser gefällt. Auf jeden Fall. Deutlich sogar, muss ich sagen. Womit ich nicht sagen möchte, dass der erste Film schlecht war. Aber irgendwie hat mir diese, die Handlungsstränge haben mir besser gefallen, als auch diese ganze Geschichte. Da haben wir nämlich auch nochmal Nachrichten zu bekommen im Nachhinein zum ersten Film. Wie dieser ganze Konflikt sich zwischen den Bediensteten so abspielt. Zu welchen merkwürdigen Mitteln ja auch gegriffen wird, um den eigenen Willen sozusagen durchzuboxen. Mhm. Solche Geschichten. Aber im Endeffekt, der zweite Film war ja auch an ganz vielen Stellen schon wieder so ein Wechselbad der Gefühle. Total. Dass angeteasert wird, dass es Cora nicht gut geht, dass man sich Sorgen um sie macht. Aus dem ersten Film wusste man schon, dass Violet nicht mehr viel Zeit hat. Ja. Solche Geschichten. Dann diese ganze Sache mit dem Filmdreh fand ich irgendwie auch cool. Voll. Ich fand das irgendwie schon eine coole Sache. Das war ein ganz anderer Twist mal auf Downton. Also nicht so diese typische, ja, behütete im Mikrokosmos, den Downton sonst so hat quasi, sondern das war jetzt doch mal so, da kommt jetzt mal quasi so ein Eindringling von außen. Ja. So was Modernes und ja. Was ich aber ganz geil fand war auch, dass es diese Meta-Ebene hat. Weil ich meine, hab mal, wenn wir jetzt mal an die Familie Carnivon denken, die ja auf Highclere Castle lebt. Ja. Die hat das Filmteam da, um Downton Abbey zu drehen. Und dann hat die Crew von Downton Abbey eine Filmcrew da, um einen Stummfilm auf Downton zu drehen. Das ist Filmception. Ja, echt. Ja. Nee, es ist tatsächlich ziemlich lustig. Und ich muss auch sagen, mir gefällt der zweite Film auch besser. Ich finde die, die ganzen Handlungsstränge, auch wie du schon sagst, irgendwie cooler. Insgesamt finde ich auch, dass das noch ein bisschen mehr fast schon den, den Vibe von Downton eingefangen hat, weil ich finde, dass Downton hatte für mich auch immer eine, eine gute Mischung aus Drama, so Romance und gleichzeitig aber auch Witz und Humor. Ja. Und das fehlte mir zum Beispiel, dieser Witz und diese ganze Humorgeschichte, die alles so ein bisschen so dieses Ho-Ho-Ho-Momente hatte, die fehlten mir im ersten Film ein bisschen. Ja. Das war mir alles ein bisschen zu ernst im ersten Film. Ich meine, da gab es natürlich auch solche Momente, aber viel weniger fand ich. Und jetzt hatte man eher mal wieder so einen Moment, wo man dann da saß und wo dann am Ende so im Hintergrund so, oh ho, was ist denn das mit Violet und oh ho, was ist denn hier los? Was geht denn mit Mrs. Padmore? Genau. Und solche Sachen. Und dann auch immer mal wirklich, also gerade auch diese Charaktere, die eben ja, ich finde einfach das Herz von der Serie auch so ausgemacht haben, wie Mrs. Hughes und Mrs. Padmore und Isabel und so. Ja. Die kam mir im ersten Film auch ein bisschen zu kurz immer an vielen Stellen. Und deswegen fand ich das jetzt so schön, dass die jetzt wieder auch wichtige Rollen auch bekommen haben und auch irgendwo, irgendwo einen schönen Abschluss. Ich meine, können wir gleich auch noch drüber diskutieren. Es gab ja auch viel andere Meinungen zu manchen Sachen im Discord und auch in der Community. Und das kann ich auch gut nachvollziehen und ich sehe es auch teilweise genauso. Das müssen wir vor allen Dingen auch vorlesen, weil es einfach mal wieder so richtig schön on point und sehr spitz formuliert wurde. Du meinst von August, August? Ja. Nee, aber es stimmt ja auch einfach. Es stimmt ja auch. Und man selber, ich muss sagen, ich lasse mich auch immer gerne dann von der schönen Musik und von dem Happy End und von dem Larifari und so, lasse ich mich ja auch immer gerne blenden, muss ich sagen. Und mitreißen. Ich gebe es zu und mitreißen. Und dementsprechend, man sieht zwar die Probleme, aber ich ignoriere die dann auch immer gerne an der Storyline. Ich bin dann auch immer so, nee, ich finde das jetzt aber schön. Und deswegen, ich will das jetzt schön finden, aber ich kann es total verstehen und es stimmt ja auch. Manche Sachen sind einfach, eh, ob das jetzt so die beste Lösung war? Naja. Ja, auch im Nachgang betrachtet, also es gab ja auch noch so ein paar Fragen, die gestellt wurden. Können wir gleich ja auch nochmal näher drauf eingehen. Da habe ich mich, ich möchte mal sagen, ertappt gefühlt, weil mir dann aufgefallen ist, dass mir das nicht aufgefallen ist, während wir in diesen Filmbesprechungen da saßen und dann so, ha, stimmt. Eigentlich ist das alles total unlogisch. Ja. Oder zumindest mal wieder nicht zu Ende gedacht. Genau, ja, das kennen wir ja. Mal wieder nicht zu Ende gedacht, da haben wir es mal wieder. Ja. Es ist lange her, dass man etwas nicht zu Ende gedacht war und das Kokosiegel nicht gekriegt hat. Ja, stimmt, stimmt, das Kokosiegel, das habe ich auch immer noch nicht in den Shop gepackt, da habe ich immer noch nicht designt, das Kokosiegel. Ja, das müssen wir ja mal, ne, das muss ja mal sein. Ja, das würde ich auch so sehen. Au contraire. Ja, nee, aber das wirklich, also im Großen und Ganzen, klar, gab es natürlich wie immer Momente, aber das hatten wir ja auch die ganze Serie lang, das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Nee, das stimmt. Sagen wir es so, das fügt sich ja eigentlich ganz gut in die Serie, ne? Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie vielleicht sich beim zweiten Film Mühe gegeben haben, so eine Szenerie zu schaffen, die dann mehr oder weniger diesen Ausblick schafft von jeder Topf hat seinen Deckel. Ja, ja, auf jeden Fall. Jeder oder alle dort haben irgendwie eine Art von Perspektive, ob die nun sinnvoll ist oder besonders logisch, sei jetzt gerade einmal dahingestellt. Ja, 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 ja. Aber die ist zumindest da. Sprich ruhig weiter. Ach so. Ich glaube, ein Aufonik schneidet das raus. Okay, ist gut. Deswegen hat mir ja der zweite Film einfach besser gefallen, auch weil diese ganze, diese Royal-Thematik, die wir im ersten Film hatten, die ist auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ich gucke solche Serien und Filme auch gerne, ne? Also gar keine Frage, sonst dürfte ich sowas wie The Crown, Downton Abbey, grundsätzlich alles, was irgendwie im Mittelalter oder der frühen Neuzeit verortet, ist ja überhaupt nicht gucken. Ja. Aber Downton macht das ja schon in dem Sinne sehr authentisch, dieses Äthepetete auch so mit zu vermitteln und was das alles so bedeutet. Und das ist also, die Fremdscham, die ich für Molesley im ersten Film empfunden habe, hat mir ja schon fast körperliche Schmerzen bereitet. Ja. So, und umso schöner war ja dann auch einfach seine Story in einem zweiten Film. Ja, das war so toll. Ich finde es halt einfach so schön, dass manche Leute dann eben so einen tollen Ausblick bekommen haben und ich habe zum Beispiel, also viele Leute haben im Internet, das habe ich nämlich nachträglich dann jetzt gesehen, jetzt wo man ja auch alles wusste und nicht mehr gespoilert werden konnte, habe ich natürlich auch so ein bisschen geguckt, was war denn so die Meinungen zum Film und so und allgemein kam der Film relativ gut weg, aber ganz viele haben sich zum Beispiel komplett darüber echauffiert, dass jetzt die Bediensteten dann in diese herrschaftlichen Kostüme gesteckt wurden für den Film und dies, das und die Argumentation dahinter war so, das ist albern, warum tragen die jetzt diese Klamotten, das ist ja wie ein Maskenball und ich so, hä, das ist doch ein Filmkostüm. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Für mich war das so, hä, habt ihr einen Film überhaupt geguckt? Also das ist so lächerlich, was soll das denn? Weil natürlich sind die kostümiert, als ob die in ihren normalen bediensteten Klamotten in diesem Film auftauchen, wenn die da Statisten sind. Das ist doch Quatsch. Und vor allem auch eine ganz andere Rolle spielen in ihrer Rolle als Statisten. Ja, das ergibt doch keinen Sinn, also das habe ich komplett nicht verstanden, aber da wurde sich so hart darüber echauffiert und ich war so, warum denn? Also, naja, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Sagt uns das gerne, ob ihr das auch so seht oder ob, warum das vielleicht so sein könnte, weil das habe ich irgendwie komplett nicht verstanden. Das hat mir in mir irgendwie kein, das hatte in mir das Gefühl ausgelöst, dass die Leute den Film nicht wirklich geguckt haben, sondern einfach nur Bilder gesehen haben und sich darüber dann echauffiert haben, weißt du? Mhm. Aber gut, das ist halt die andere Sache. Dann weiß ich noch, dass... Das Einzige, sorry, wo ich gerade dich unterbreche, es fällt mir nur gerade so ein, das Einzige, was es für mich vielleicht nachvollziehbar machen würde, und ich habe die Sachen nicht nachgelesen, das ist jetzt reine Vermutung, ist vielleicht, dass durch dieses Kostümieren, weil man hat ja auch gesehen, die Bediensteten auf Dauern, die freuen sich ja richtig, die sind ja auch ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Thunderstruck von sich selbst, aber die gucken sich ja auch mit ihren Kostümierungen an, die Haare sind hochgesteckt, das sind ja all die Dinge, die sie normalerweise für die Menschen machen, die in diesem Stand halt auch leben. Genau. Und vielleicht ist dann auch eher die Kritik, dass das sozusagen albern ist, weil die sozusagen vorgeführt werden. Ach so meinst du das, ja. Also vielleicht ist die Ebene da, aber auf der anderen Seite, auf mich wirkte es, auf mich wirkte es auch so, als würden die sich mega freuen, also muss ja auch einfach, also Anna, oh mein Gott. Ich fand aber auch, ehrlich gesagt, auch Daisy sah mega gut aus. Die sahen alle voll gut aus. Also die sahen alle voll gut aus. Ja. Das stimmt, also das ist echt, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, hab ich nicht so ganz verstanden, aber lasst uns gerne Feedback dazu da, wie ihr das so seht. Ja. Ich meine, klar, das Argument ist da mit der Kostümierung und mit dem Vorführen, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht, weil die wurden ja nicht vorgeführt, die haben ja ihre Rolle gut gespielt, die wurden bejubelt, niemand hat da einen blöden Spruch zugemacht, ganz im Gegenteil, es war ja alles, waren so, wow, voll toll, ja, genau. Und was ich am zweiten Film auch schöner fand, war, dass ich so, ja, wenn es Love Story gab, dann war es aber Love Story, die schon lange vorbereitet wurde, wie jetzt das mit Baxter und Moseley, das hat man ja schon in der Serie gespürt und deswegen konnte ich da viel mehr mitfiebern, als zum Beispiel bei Toms Love Story im ersten Film, weil plötzlich war Lucy da, die wir vorher nie kennengelernt haben, so und irgendwie hatte ich da eine stärkere Verbundenheit einfach. Wohingegen jetzt im zweiten Film war Lucy ja quasi schon etabliert und dadurch war es dann wieder okay, finde ich, so, ne, mit den beiden und dass die jetzt dann eventuell ein Kind kriegen und, ne, dies, das, das war ja okay. Und Lucy, aber sie hat auch starke Sybil-Vibes. Total. Also ich frage mich, ob das Absicht gewesen ist, sie auch so Klamotten- und Frisuren-Technisch oft so zu inszenieren, dass in bestimmten Kameraperspektiven hätte ich voll gedacht, dass die Schauspielerin von Sybil da jetzt sitzt. Ja, also auf jeden Fall kann man Tom einen Typ zuschreiben. Ja, ey, das ist auch nichts Verwerfliches. Absolut nicht. Ich glaube, den haben alle irgendwie. Viele, ja, viele. Nicht alle vielleicht, aber viele, ne? Ja, definitiv. Ja, nee, das ist auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Und ich fand auch, also es war halt auch super viel Drama, ne, dadurch, dass ja mit Cora diese potenziell tödliche Krankheit aufgemacht wurde. Da wurde uns auch nochmal zugeschrieben, dass Cora wohl das Gleiche hat, an dem Merton vor einigen Staffeln quasi noch hätte sterben sollen, ne, vor einigen Jahren. Aber er ist ja auch nicht dran gestorben, ne? Ach, das, was wir in der Serie hatten, ne? Ja, genau. Ja, okay. Genau, genau. Ich hab mich schon gewundert, weil irgendwie kam mir der Name auch bekannt vor. Aber ich konnt's dann tatsächlich nicht so den Finger drauflegen, was es war. Aber das fand ich dann auch ziemlich cool, dass ihr das nochmal gesagt hattet. Und dann gab's ja, wie gesagt, dieser tragische Abschied von Violet, aber das war ja klar, dass das passieren musste, aber es war trotzdem so, ne? Also, es hat einen schon ganz schön mitgenommen, so im Betracht der Tatsache, dass Maggie Smith ja auch wirklich gestorben ist, jetzt vor kurzem. Ah, verinnere mich bitte nicht. Oh, entschuldige. Es reißt alte Wunden wieder auf. Aber wirklich. Nee, und das war aber insgesamt, ich fand es halt gut, weil es hatte halt wirklich so dieses Downton Drama, es hatte trotzdem Witz und Humor, es war alles so insgesamt, ja, ich wiederhole mich, aber ich fand, es war sehr rund. Es war irgendwie sehr rund. Klar, manche Sachen waren nicht so super logisch, aber auch das war für mich ehrlich gesagt relativ rund, weil es zu Downton passt, weil wir das schon öfter hatten. Aber vielleicht können wir die ein oder anderen Nachrichten einmal ganz kurz dazu durchgehen, bevor wir uns dann das Bonusmaterial angucken und uns dann dementsprechend auch wieder hören, sozusagen. Genau, und dann können wir, finde ich, wollen wir dann irgendwie sowas wie, was waren denn unsere Lieblingshandlungsstränge und so ein bisschen machen? Mhm. Mhm. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Wo hat denn August, August das überhaupt geschrieben? Das ist dann schon eine Weile her. Mhm. Ah ja. Und zwar schrieb August, August zu der Storyline von Thomas dann, Hey Thomas, möchten Sie mit mir, den Sie erst seit einer Woche kennen, in ein ihm völlig unbekanntes Land kommen, dort einen karrieretechnischen Rückschritt machen, um als mein heimlicher Liebhaber dort zu leben und finanziell komplett armeeabhängig zu sein? Klar, Mr. Dexter, da mir gerade mein Boyfriend aus dem Film geschrieben wurde, komme ich gern mit. Das fand ich richtig, richtig witzig. Ja, ich musste auch ein bisschen lachen, muss ich sagen. Also es war schon sehr... Ja, es stimmt. Es stimmt halt einfach komplett. Am Ende haben wir es zwar nicht ganz so überspitzt, aber ich hatte es ja auch noch mit erwähnt. Ja, ja, klar, du hast es auch gesagt. Und es stimmt ja, es war uns ja auch klar, es stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwie trotzdem gefreut, einfach, dass diese Aussicht da ist, dass er vielleicht doch irgendwie sowas wie eine Liebe, eine Liebesbeziehung führen kann in gewisser Weise. Genau. So, weil es ist nun mal hart in der Zeit gewesen und es war einfach auch hart für ihn die ganze Zeit. Und irgendwie kann ich auch verstehen, dass er sich nach sowas sehnt und vielleicht auch mal sagt, okay, dann muss ich es jetzt halt probieren. Da muss ich jetzt halt mal ein Risiko eingehen. Es ist natürlich nicht so logisch und das ist auch nicht so klug an vielen Stellen, aber naja, wann ist Liebe schon mal rational? Ich habe ja dazu auch noch geschrieben und ich sage es auch hier gerne an der Stelle noch mal, mich hat es halt auch nicht so gestört. Ja. Weil es mich mehr gefreut hat, dass Thomas jetzt wenigstens eine Chance auf eine ja jetzt auch scheinbar erfüllte Liebesbeziehung bekommt und ich habe ihn ja schon ganz lange in Amerika gesehen. Das stimmt. Finde ich es auch ganz cool, dass er da ist. Aber es ist natürlich schon so, dass einfach diese Abhängigkeitsgeschichte, weil darüber ist da noch viel diskutiert worden, dass das diese Storyline halt auch durchaus einfach nur furchtbar machen kann. Weil sind wir mal ehrlich, er hat ja mit Downton so seinen Frieden gemacht. Er fing ja an, sich den Respekt und den Wohlwollen der anderen jetzt doch wieder zu erarbeiten. Man kann sogar sagen, er hätte sich da inzwischen sowas wie Freunde gemacht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann sozusagen alles hinter sich zu lassen und abzureißen, um dann völlig abhängig zu sein, ist halt schon ein heftiges Risiko. Auf jeden Fall. Weil Dexter könnte jederzeit, diese Liebesbeziehung muss ja nur in die Brüche gehen und dann kann er halt sagen, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ja. Da drüben ist die Tür. Ja, und dann ist Thomas gestrandet. Ja. Buchstäblich da in Amerika. Naja gut, er könnte ja dann wahrscheinlich schon immer noch wieder zurückzukommen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber klar, die Abhängigkeit ist da. Richtig. Und es ist natürlich ein Risiko. Absolut. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist so. Dann hat Lady Rockula noch ein paar Funfacts mit uns geteilt. Einmal das, was du schon erwähnt hast, dass Cora und Merton quasi das Gleiche gehabt haben. Aber dass das Baby, mit dem Tom, Lucy und Sibby am Ende auf Downton angekommen sind, dass Baby eigentlich der Schauspieler in Laura Carmichael und Michael Fox, also von Andy und Edith ist. Ja, das stimmt. Und da habe ich noch gedacht, ich hatte doch noch beim Film gesagt, ha, irgendwie sieht das Kind Edith voll ähnlich, ne? Also hatte ich doch noch gedacht, aber da wollte ich es nicht sagen, weil ich das Kind ein bisschen hässlich fand. Ja, darüber habe ich gesprochen. Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist, ja, ja. Ja, und dann gab es noch zu einer anderen Storyline ein wenig Kritik, nämlich diese, ich nenne sie mal Vierecksbeziehung, Pat Moore, Mason, Andy, Daisy. Denn da schrieb August August auch nochmal, dass diese Auflösung ein wenig seltsam war, weil es ja darum ging, von Mr. Mason den Hof zu bekommen, damit Daisy und Andy dort ihre Ruhe haben. Mhm. Aber auf Downton ja dann eigentlich alles zusammenbrechen müsste, denn wenn Mrs. Padmore und Mr. Mason in das Cottage ziehen, liegt das nicht mehr in Laufweite zu Downton, sodass Mrs. Padmore in Rente gehen müsste. Daisy würde dann ja zur neuen Köchin eigentlich werden und Andy müsste jetzt Butler werden, weil ja Tom es geht. Und eigentlich, auch wenn Carson darum gebeten wird, nochmal kurz zurückzukehren, dürfte er ja das Zittern in seiner Hand nach wie vor noch haben. Mhm. Na? Gut, also da könnte ja dann vielleicht aber Andy was übernehmen, ne? Ja, das ist richtig, aber wenn beide ja auf dem, auch auf Downton arbeiten sollen, müssten sie weiterhin auf Downton wohnen. Das heißt, der Hof wäre dann leer. Ja, was totaler Quatsch ist dann. Und das wäre dann natürlich irgendwie, irgendwie Quatsch. Ein schönes Detail ist aber hervorgehoben worden, dass Andy jetzt wie selbstverständlich auch die Zeitung liest. Das haben wir ja auch schon gesehen im Film, wo ja Mr. Mason ihn ermahnt, dass er die wieder ordentlich zusammenlegen soll, damit er die später noch lesen kann. Ja. Weil damit hat ja der Unterricht etwas gebracht. Mhm. Und Confetti Marie hat noch gefragt, ob Thomas vielleicht Angst um die Zukunft seines Jobs hat. Weil ja Butler, Dina, Zofen werden ja immer seltener gebraucht. Da unten steht ja vor finanziellen Herausforderungen. Und vielleicht hat dann Thomas sozusagen an der Seite von Dexter mehr Sicherheit gesehen, auch wenn natürlich dieser Filmjob nicht so der allersicherste ist. Ja, genau. Also das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich so der sich, die sicherste Variante ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir die, die Sorge für seinen jetzigen Job, also jetzig zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht Ja gesagt hat, um mit ihm mitzugehen, also mit seinem Butler-Job quasi, kann ich auch verstehen, dass man sich überlegt, ist das wirklich noch der Weg in die Zukunft? Ja. Oder ist das inzwischen so ein bisschen, ach, das wird immer mehr obsolet, suche ich mir vielleicht doch nochmal irgendwie eine andere Richtung und so. Das ist auch auf jeden Fall ein Gedanke, den man vielleicht da haben kann, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann, da geht es aber jetzt gerade nicht mehr um den zweiten Film, wir springen nochmal kurz zum ersten zurück. Okay. Da hatte nämlich unsere werte Lady Hase geschrieben, dass man ist nur einmal für sechs Wochen im Ausland und verpasst dann schon quasi alles. Sechs Wochen im Ausland? Krass. Mhm. Und sie schrieb dann, weil öfter die Frage aufkam, wie denn so die grundsätzliche Meinung zu der kleinen Intrige gegen die Royal-Bediensteten im ersten Film ist, hier mal kurz meine Ansicht. Wie gesagt, ich habe leider den Film nicht gesehen und kann schlecht einschätzen, wie da der Umgang unter den Bediensteten war. Aber von außen betrachtet, finde ich es schon merkwürdig, dass sich da überhaupt eingemischt wird. Die Angestellten sind schließlich vom Königshaus und werden das vermutlich nicht zum ersten Mal machen. Und gerade der Königin von Großbritannien steht sowas ja auch zu, ihr eigenes Personal dabei zu haben. Dass dann gerade die Personen, die auf Stand und Adel so viel Wert legen, da aktiv eingreifen, finde ich äußerst suspekt. Ja. Und auch filmisch hätte ich es viel schöner gefunden, wenn die Royal-Bediensteten selber Schuld an ihrem Versagen gehabt hätten, indem sie vielleicht schludrig gearbeitet hätten, besoffen gewesen wären, whatever. Und dann die Downton Crew, die Retter in der Not sind. Die Moral hätte ich viel besser gefunden. Die Message hier war, tu illegale Dinge, Freiheitsentzug, Vergiftung und du bekommst ein Lob von der Königin. Ja, das ist richtig. Und das war ja auch das, was wir auch schon mal gesagt hatten. Ob das denn so der Way to go war, also das haben wir ja auch so ein bisschen uns überlegt. Ja. Genau. Ja, finde ich auch. Also absolut, ist was dran. Und dann hat zum Schluss noch Lady Melody etwas geschrieben und schon mal so ein bisschen Vermutungen geäußert, was uns denn im dritten Film erwarten könnte, der ja erst noch rauskommen muss. Ja, na, da bin ich ja mal gespannt. Sie schreibt, ja, vor allem war nicht der Plan, zumindest hatte ich es so in den Staffeln verstanden, dass Daisy und Andy komplett auf den Hof ziehen und ihre Jobs in Downton eben aufgeben, weil Daisy dann auf dem Hof kocht, einmacht etc. und das dann verkauft und Andy eben Mr. Masons Arbeit komplett übernimmt. Ja, irgendwie war das doch der Plan, oder? Genau. Ja. Und deswegen war sie entsprechend überrascht und verwirrt. Jetzt müsste Downton eigentlich im dritten Film einen neuen Butler finden, eine neue Köchin, weil Mrs. Padmore ja in Person mit Mr. Mason ist. Und zusätzlich noch einen weiteren Footman und Hilfsköchin, weil Andy und Daisy weg sind und Ivy ja nie ersetzt worden ist. Ja, richtig. Stimmt schon irgendwie. Ja, sehr true. Ja, wir waren ein wenig zu verzückt von all den anderen Dingen, die so in den Filmen passiert sind, glaube ich. Ja, also manche Sachen sind halt dann doch nicht so ganz logisch, aber wird sich zeigen. Vielleicht schieben Andy und Daisy ja den Kram auch noch auf, solange bis neue Leute eingestellt und eingearbeitet sind. Und vielleicht reduziert ja aber auch Downton sich insgesamt massiv, dass die überhaupt nicht mehr entertainen und dann wirklich nur noch, keine Ahnung, wirklich nur noch einen Koch oder so haben oder Köchin und ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja Alfred wieder. Gut, aber ich weiß halt nicht, wie weit ist der Hof von den Drews eigentlich von Downton weg, weil selbst wenn es nicht fußläufig ist, aber vielleicht kann ich das ein bisschen Von den Drews, du. Achso ja, doch, von den Drews. Genau. Ich war gerade bei Mr. Mason, aber du hast recht, das war ja der ehemalige Drew-Hof. Genau. Und ich frage mich gerade, lustigerweise ist das auch im Discord gesagt worden, ein kleiner Scherz, aber ich frage mich gerade, ob man das nicht ein bisschen dadurch aushebeln kann, dass sie könnten ja auf dem Hof leben, sie müssten nur einfach sehr, sehr viel früher aufstehen als alle anderen, um sich entsprechend pünktlich auf den Weg zu machen. Und für eine Daisy ist das wahrscheinlich noch viel weniger ein Problem, weil sie in Staffel einst diejenige war, die vor allen anderen auf war, um die Kamine zu machen. Yes. Ja, das stimmt, aber nichtsdestotrotz hätten sie, wenn sie dann Vollzeit auf Downton arbeiten, nicht die Kapazität, auch noch den Hof zu bewirtschaften. Das ist richtig. Da müssten sie dann ja Leute einstellen. Und das ist ja dann wieder die Frage, können die sich das leisten? Ja, das stimmt. Fair enough. Weil das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Also irgendwie ist das nicht ganz zu Ende gedacht. Das kriegt nicht das Koko-Siegel. Point given. Ja, point given. Okay, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich will mir trotzdem den Film gar nicht kaputt reden, weil mir hat er insgesamt sehr gut gefallen. Ja. Ich fand es auch schön und sehr konsequent, wie zum Beispiel Mary die Ginze-Situation gelöst hat, weil es wäre ja für sie auch wieder ein leichtes gewesen, sich jetzt irgendwie so eine Affäre anzulachen oder irgendwie vielleicht sogar, wer weiß, ob nicht, ja gut, Scheidung ist nicht so deren Ding. Klar, wissen wir alle. Andererseits, Zeiten ändern sich. Vielleicht hätte sie auch gesagt, ja, okay, dann scheide ich mich jetzt halt von Henry oder so. Aber hat sie nicht gemacht und das finde ich irgendwie konsequent und das passt dann auch jetzt am Ende doch sehr zu ihrem gewandelten Charakter von früher. Weil früher wäre sie vielleicht eher der Sache auf dem Leim gegangen, ne? Und jetzt ist sie so gefestigt und so stand alone, also strong independent woman geworden da, die Downton managt und so weiter und für ihre Kinder da sind und quasi die Zukunft auf Downton für ihre Kinder aufrecht hält. Dass sie da auch dann selber gesagt hat, nee, ich muss jetzt hier das durchziehen, so wie es ist, ne? Ja, und vor allen Dingen passt diese Inszenierung ja auch noch ganz vortrefflich zu dieser, ich werde jetzt die nächste Violet. Ja, genau. Genau, das kommt dann auch on top, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, dass das halt, dass man da sehr die Violet dann in ihr auch wieder sieht, ne? Genau. Was ich dann ja auch noch ganz interessant finde, dass ja auch Edith dann auch anscheinend wieder schreibt, was ich richtig schön finde, das haben wir uns ja gewünscht. Also, das können wir ja sowieso mal gucken, das sind ja doch einige Sachen, die wir uns gewünscht haben, auch in Erfüllung gegangen für den Film. Total. Der Antrag mit Mosley und Baxter, dass Edith wieder schreibt, dass Mary da jetzt so komplett das Zepter übernimmt, dass Tom jetzt auch eine glückliche Beziehung führen kann und so, wo man ja vorher so ein bisschen hatte, ah, ne, der ist ja schon immer alleine und so, das haben wir uns ja in der Serie schon gewünscht, dass Thomas dann jetzt doch nach Amerika geht und seine Beziehung führen kann, das haben wir uns gewünscht. Als Letzteres, das jetzt mit Amerika, habe ich eigentlich nach Film 1 so nicht mehr gesehen. Aber das haben wir uns gewünscht. Weil er ja offiziell dann den Butler-Posten bekommen hat. Ja. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass man noch mehr über ihn und den Royal... Ja, aber da habe ich ehrlich gesagt, das habe ich ja damals auch schon gesagt, nicht so die Mega-Zukunft drin gesehen, weil die sich ja einfach nie sehen. Das ist ja das Ding. Die müssten ja permanent eine Fernbeziehung führen. Und das ist ja auch nicht so schön. Gut, aber, ne, sind wir ehrlich, in den 1920er Jahren, in der Situation, in der Thomas steckt, wo das, was er ist, einfach noch verboten ist. Ja. Und er das sowieso nicht offen leben darf, ist ja so schon mega schrecklich. Ja, aber das ist doch auch unerfüllt dann. Weiß ich nicht, ne? Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das für Thomas dann vielleicht noch so etwas ist wie... Wie drücke ich das aus? Dass das sozusagen kein so riesengroßes Übel ist. Natürlich wäre es für ihn schöner, wenn er ihn regelmäßiger sehen könnte und so. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach sicherer. Hm. Ja, stimmt. Aber weiß ich nicht. Irgendwie wäre... Also ich hätte das halt, glaube ich, trotzdem immer noch nicht schön genug gefunden. Ich finde ihn cool in Amerika. Also die Vorstellung, dass er da ist und dort sein Glück in irgendeiner Form findet. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass im dritten Film, jetzt fange ich wieder an wild zu predikten, dass passiert, was wir jetzt alle im Discord auch schon gesagt haben. Nämlich, dass das in irgendeiner Weise schief geht, weil er begibt sich in diese Abhängigkeit. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das zwischen Dexter und Thomas einfach nicht funktioniert und Thomas kommt zurück. Ja, oder Thomas ist gar nicht mehr da im dritten Film. Oder wir haben, ich meine, es wäre nicht das erste Mal, einfach eine Szenerie, wo es mal nach Amerika geht. Gut, die haben ja einmal noch Verwandtschaft da. Ja, das stimmt. Dass sie vielleicht... Ach, wie hieß denn jetzt nochmal die Mutter von Cora? Irgendwas mit M. Es war nicht mal... Martha, danke. Dass sie Martha besuchen, wegen irgendwas und dann Thomas dann wieder begegnen. Wenn sie dann überhaupt noch lebt. Vielleicht sind die dann zur Beerdigung von Martha in Amerika und treffen halt den Bruder von Cora. Dann wird da etwas geerbt? Ja, ja, maybe. Ja, ist alles noch offen. Man sieht das dann, ne? Ich würde mal gerade gucken, ob man schon mal rausfindet, wer mitspielt zumindest. Weil einer habe ich auf jeden Fall schon mal Bilder von gesehen. Ja, im BNQ-Spoil sind, glaube ich, irgendwann mal Sachen geteilt worden. Da durften wir uns die aber noch nicht ansehen. Da durften wir nicht gucken, okay. Ja. Ne, jetzt dürften wir ja gucken. Jetzt kennen wir alles. Also, die Veröffentlichung soll auf jeden Fall am 12. September 25 sein. Nice. Film 3 kann man ja dann immer noch schauen, wollen wir uns ja jetzt auch nicht zu sehr spoilern, ne? Genau. Ja, wir hatten auf jeden Fall auch noch Sachen bei Spotify und bei unseren Umfragen und so weiter. Und zwar hatten wir gefragt, zu Film 2, Moment, wie findet ihr Myrna und die meisten finden sie sehr, sehr nervig. Also, in der ersten Umfrage dazu fanden 100% sie sehr schlimm. Ha, scheine. Genau. Bei der zweiten Umfrage zu ihr haben 71% nur noch gesagt, boah, ist die nervig, 14% ich mag sie und 14% ganz schlimm. Okay. Dann haben wir gefragt, wie findet ihr das eigentlich, dass Cora jetzt sterbenskrank zu sein scheint? Und da haben 43% gesagt, das ist irgendwie total unnötig und 57% haben gesagt, das ist ganz traurig. Ja. Dann haben wir euch gefragt, findet ihr, wie findet ihr Film 2? 22% finden ihn mega gut, 56% finden ihn nur gut und 22% finden ihn so mittel. Schlecht findet ihn aber keiner bisher. Dann haben wir Kommentare bekommen und zwar hat uns Luisa geschrieben, dass wir unbedingt die Bücher besprechen sollen zu Bridgerton. Okay. Das heißt so, damit Herzchen und B-Smiley. Ich denke mal, das wird auch passieren. Also Buch 1 werden wir mit Sicherheit besprechen und danach schauen wir mal, wie das ankommt und wie wir es auch selber finden. Weil ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Vorstellung, wie ein Bridgerton-Buch sein könnte. Ich habe auch noch keine. Ja. Ich glaube, ich weiß so viel, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, ein Buch fokussiert sich da noch immer wirklich jeweils auf eine Storyline beziehungsweise eine Beziehung, während du es, das ist zwar in den Staffeln auch durchaus so, dass ein Couple irgendwie im Fokus liegt, aber du hast ja trotzdem noch sehr viel Nebenhandlung in dem Sinne. Ja. Ja, so habe ich das auch gelesen. Und dann hat uns Abby Winters noch gefragt, ihr habt bestimmt schon ganz viele Vorschläge bekommen für die Zukunft, dennoch hier wären meine. Outlander, da gibt es ja auch Bücher zu. Ja. Ich liebe Outlander auch und wir haben auch sehr lange mit dem Gedanken zu Outlander gespielt. Aber ich gebe zu, wir hatten noch ein bisschen Angst vor diesem Mammutprojekt. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht vielleicht noch machen. Ich wollte gerade sagen, ich höre die Bücher ja gerade und das ist also, das erste Buch hatte eine Hörzeit von 37 Stunden und jetzt das zweite Buch hat eine Hörzeit von 44 Stunden. Ich glaube, ich bin inzwischen bei Stunde zwölf. Ja, es ist. Also das ist, das ist dann wirklich ein Mammutprojekt. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann hat sie noch vorgeschlagen, Grand Hotel, das ist eine spanische Dramaserie, die kenne ich sogar, die finde ich auch sehr cool, muss ich sagen, das hat mir auch sehr gefallen. Genauso wie der Cook von Castamar, das war auch sehr schön. Ja, die Serie mochte ich auch. Ist ja auch eine Buchverfilmung. Ich habe übrigens nur gerade mal nachgeguckt, man könnte sich die Bildschattenbücher auch ausleihen in der Bibliothek. Ah, okay. Dann hat sie aber auch noch vorgeschlagen, dass es von RTL Plus die Serie Sissy gibt und auch allgemein vielleicht, das allgemein die Sissy-Universum wäre ja vielleicht auch mal eine Option. Sissy, deine Träume werden wahr sein. Sissy, niemals lässt er dich allein, ganz egal, was auch passiert. Und dann weiß ich den Text nicht weiter. Du kanntest ihn mehr noch als ich. Aber der Cartoon. Die Serie damals, die Zeichentrickserie. Aber der Zeichenstil war cool. Der war echt cool. Vor allen Dingen, Alter, die hier diese Vorstandsdame da, die alte Kaiserin und so, die sah ja echt gruselig aus. Die hat mich auch ein bisschen an Lady Tremaine von Aschenputtel immer erinnert. Das stimmt. Oder sie ist eine sehr, sehr, sehr strenge Dark McGonagall. Oh ja. Aber böse. Und McGonagall ist nicht böse. Deswegen ja Dark McGonagall. Genau. Ja. Sie schreibt auf jeden Fall noch weiter. Ich war damals vom ersten Teil sehr enttäuscht. Wahrscheinlich jetzt vom Film. Weil es sich angefühlt hat wie eine längere Folge. Ja, das stimmt. Das hatten wir ja auch das Gefühl. Aber wie eine längere Folge, die sich trotzdem nicht genug Zeit für die Handlungsstränge genommen hat. Ja, genau. Genau, das hatten wir ja auch. Als dann der zweite erschien, dachte ich mir, naja, ich weiß ja nicht. Aber er hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Ich mochte ihn echt gerne. Ja, das ist eigentlich auch das, was, das trifft auch unsere Meinung. Genau. Ja, das sind die Sachen. Die anderen hatten wir, glaube ich, alles schon vorgelesen. Ja, das hatten wir alles schon gesagt. Vielen Dank auf jeden Fall für das rege Feedback und für die ganzen Abstimmungen und so weiter, dass ihr alle so gut mitgemacht habt. Das freut uns total. Ja. Danke auch für ganz viele neue Bewertungen. Da haben wir uns auch mega drüber gefreut. Weil wir, ich habe gesehen, dass wir noch einige neue Zusatzbewertungen und gute Bewertungen bei Spotify und so bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Auch bei Apple haben wir jetzt auch richtig viele bekommen. Richtig cool. Also danke dafür. Vielen lieben Dank. Genau. Ja, ich würde sagen, sonst wollen wir ins Bonusmaterial. Ja. Ja. Kopfschwung ins Bonusmaterial. Dann hört ihr uns gleich wieder. So, ihr Lieben, wir steigen wieder ein. Und zwar auch direkt mit einem kleinen Mini-Fail unsererseits. Denn wir haben gerade noch groß davon gesprochen, wir gucken uns die Deleted Scenes an und das haben wir auch getan, nur um völlig verwirrt zurückzubleiben, weil das alles Deleted Scenes aus dem ersten Film waren. Und das hat locker erst mal fünf bis zehn Minuten gedauert, bis wir festgestellt haben, dass wir den ersten Film in die Xbox getan haben. Ja, weil ich vielleicht ein bisschen verpeilt den Film in die falsche Packung gepackt habe. Und dann habe ich den einfach eingelegt und habe nicht drauf geguckt und dann war es so, ja, okay. Und dann gucken wir die Deleted Scenes an und wir, Moment mal, das Menü ist auch ganz falsch. Was ist das? Ach so, typisch Millennial, ne? So mit, oh, eine CD, oh, eine leere CD-Box, da tue ich das jetzt mal rein. Ja, war ein bisschen doof. Sorry. Ja, Fakt ist dann aber, dass wir dann doch die andere CD nochmal oder die Blu-ray reingepackt haben und festgestellt haben, dass es auf der Blu-ray gar keine Deleted Scenes gibt. Genau, wir haben aber trotzdem ein bisschen in das Bonus-Material hineingeguckt. Einmal, wie sich so die SchauspielerInnen gefühlt haben, dann wieder an das ganze Set zurückzukehren, dass es sich so ein bisschen wie Homecoming anfühlt, weil die ja auch so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass das wie eine riesige Familie für die geworden ist. Ja. Die Schauspielerin von Daisy, Sophie, ich glaube, sie hieß so. Genau. Mac Scherrer. Mac Scherrer erzählt, dass sie super gerne mit der Schauspielerin von Mrs. Padmore arbeitet. Leslie Nickel. Genau. Dann haben wir noch ein paar Szenen gesehen. Das fand ich wiederum ganz cool, dass die am Set eine Historikerin auch dabei hatten und die konnte dann auch wirklich sagen, in der Zeit ist so und so das Dinner angerichtet worden und das gab es dann da immer so zu essen. Also da haben sie sich um historical correctness auch wirklich bemüht. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das merkt man ja auch in der Serie, dass die da an vielen, vielen Stellen, gerade auch was Kleidung angeht, was so, ja. Außer der Reißverschluss? Ja, außer der Reißverschluss, genau. Nee, aber was Kleidung angeht, was eben Verhaltensweisen, was Ständesystem, was historische Ereignisse natürlich. Das ist ja auch das, was wir so an der Serie auch lieben, dass sie da eben auch den Blick zum Detail auch haben. Das stimmt. Und uns ist aufgefallen, dass dieser Film ja auch quasi komplett zwischen der Corona-Hochzeit gedreht wurde. Man hat es gesehen, weil die Leute ständig in den Making-of-Sachen mit Maske rumgelaufen sind und so. Das hat einen dann so richtig zurückgeworfen und dachte, ach ja, stimmt, der Film wurde ja während Corona gedreht, krass. Ja, da haben sie dann auch noch erzählt, dass es am Anfang der Drehbeginn wohl irgendwie ein bisschen auf der Kippe stand, weil eben, ich glaube, Mr. Carsons Darsteller, glaube ich, erst noch Corona hatte oder irgendwie krank war. Und dann war ganz lange gar nicht klar, ob der direkt auch schon erscheinen kann. Aber als er dann aufgetaucht ist, war dann alles gut quasi und alle waren happy und dann war alles wieder in Ordnung und so. Und ja, dann ging das halt los und dann hatte, fand ich auch sehr lustig, die erste Szene, die gedreht wurde, der erste Satz, die erste Szene hatte Albert. Das war auch sehr interessant, dass die, da hatte dann der Schauspieler von Andy noch so gesagt, ja, und er ist jetzt so aufgeregt und wir unterstützen ihn ja. Und Albert hat dann nur erzählt, ja, 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 jetzt treibt mal nicht. Also war schon sehr witzig, wie die dann so ein bisschen miteinander rumgewitzelt haben. Und ein bisschen das Behind-the-Scenes-Material sah ja auch ganz cool aus, dass man nochmal in diese Szene zurückgesprungen ist, in der Mr. Carson und Maud sich in einem Hutladen befinden. Ja. Und dass das ja eigentlich gar nicht wirklich in Frankreich gedreht wurde, sondern dass wirklich ein Filmset von einem Greenscreen war. Genau. Und eigentlich der Schauspieler in eine Horde Kameras reingelaufen ist. Ja. Wo ich dann immer als stinknormaler Mensch mir ganz oft denke, was für eine beeindruckende Leistung, da auch in der Rolle zu bleiben. Voll. Und auch komplett sich so in diesem Set dann ja zu bewegen, wo ja eigentlich gar nichts ist. Also das war einfach nur ein Türaufsteller und der Rest war Greenscreen. Ja. Da das so zu spielen und so zu verkörpern, dass man wirklich das Gefühl bekommt, der befindet sich jetzt in diesen Laden. Ja. Komplett. Und das halt. Und ich fand auch allgemein so diese Szenen, wenn man so zwischen den Szenen das gesehen hat, wie dann die Schauspieler miteinander umgegangen sind. Auch Mary und Edith, die ja in der Serie immer sehr verfeindet waren quasi, dass die aber hinter den Szenen so rumgeblödelt haben die ganze Zeit zusammen. Ja. Und das war einfach so schön zu sehen. Und wie dann die Leute auch, ja so, so zueinander standen, weil ja zum Beispiel Andy und Edith sind ja ein Paar im Real Life und Mr. Carson und Imelda Stanton sind zusammen, sind ein Paar, also die Morddarstellerin. Genau. Dann haben ja, hast du mir noch erzählt, der Schauspieler von Andy und von Mary in the Band zusammen. Genau. Michelle und Michael. Genau. Also Michelle Dockery und Laura Carmichael sehen sich dann, denke ich mal, sehr oft. Denke ich auch. Das heißt, die sind dann ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise befreundet. Ja. Ja, und allgemein, man hat das auch gemerkt, das war richtig so familiär hinter den Behind the Scenes. Ja, also schon sehr süß. War sehr schön, auf jeden Fall. Und was ich dann auch noch echt cool fand, war, wie sie dann, also die Regisseure uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, wie sie das aufziehen wollten mit Myrna. Dass Myrna ja so ein bisschen alien, also ein bisschen quasi wie so ein... Bremdartig. Bremdartig. Und so ein Scene-Crasher ein bisschen sein sollte in der ganzen Geschichten. Und deswegen haben sie sie auch richtig kontrastiert zu Mary immer dargestellt, weil beide sind ja irgendwie total hübsch. Aber sie wollten halt, dass die beiden nicht so ebenbürtig hübsch aussehen, sondern Myrna sollte da halt so komplett rausstechen. Ja. Und deswegen haben sie sie dann blond gemacht natürlich und haben sie in der, eben auch immer in diesen ganz hellen weiß und hellblauen Farben dargestellt, damit sie halt richtig auffällt in den Szenen. Und Dinge sollten bewusst überspitzt und hyperbolisch, also übertrieben dargestellt werden, indem sie viel mehr Gepäck und natürlichen Louis Vuitton-Taschen dabei hat als alle anderen. Und jetzt habe ich ein Lied im Kopf. Ja. Ja. Oh, I'm an alien. Na, 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 na. Ja. Oh, should I know. Oh, should I know. Herrlich. Ja, nee, aber das war auf jeden Fall ein schöner Einblick, fand ich, in die ganze, ja, in diese ganze Behind-the-Scenes-Sache. Also ich kann es echt nur empfehlen, diese Blu-ray-Box zu holen. Ja, aber es ist auch schwer zusammenzufassen und da so richtig reinzugehen, weil die natürlich alle auch recht emotional von ihren Erlebnissen erzählen und so. Und deswegen halten wir es hier an dieser Stelle kurz. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir haben ja jetzt auch fast eine Stunde, gut, ein bisschen was geht ja noch raus, also ich denke mal so 55 Minuten oder sowas. Dann ist das heute mal ein bisschen kürzere Zusammenfassung. Wir freuen uns aber richtig, richtig doll darüber, dass das alles so schön geklappt hat, dass euch der Film auch so gut gefallen hat, dass euch die ganze Serie und auch natürlich unsere Besprechungen dazu immer so gut gefallen haben. Und ja, wir freuen uns jetzt halt auf die New Era, ne? Mhm, so ist das wohl. Ja. Und bevor wir aber in die New Era rein starten, folgt nochmal schamlose Eigenwerbung. Denn eingangs haben wir natürlich unseren Downton Mäzeninnen gedankt. Und wenn ihr eine Downton Mäzenin oder ein Downton Mäzen werden wollt, könnt ihr das natürlich auch tun, indem ihr uns über Steady oder Ko-Fi unterstützt. Wir freuen uns aber auch natürlich mega doll jedes Mal aufs Neue, wenn mehr unter euch zuhören und immer wieder einschalten. Wenn ihr uns gute Bewertungen da lasst, wenn ihr auch mal ein bisschen Merch-Spirit-Shop kauft. Da gibt es jetzt übrigens bald wegen Cyber Week und Black Friday ganz viele Angebote. Denn es gibt am 29. November 30 Prozent in unserem Shop und also vom 2. bis zum 8. Dezember 25 Prozent und kostenlosen Versand. Also wenn ihr irgendwie coolen Downton oder halt Patmos-Merch wollt, dann ist das jetzt eure Chance. Ganz genau. Dann freuen wir uns aber natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt, wenn ihr unserem wundervollen Discord-Server beiwohnt und die Community auch dort größer macht. Wir begrüßen da in regelmäßigen Abständen auch wieder immer wieder neue Gesichter und das freut uns immer mega. Und vielleicht kriegen wir es ja dieses Jahr noch hin, um die 400 Follower auf Instagram zu füllen. Wir haben nämlich jetzt 383. Das wäre sehr cool. Also empfehlt uns allen weiter, die vielleicht interessiert sein könnten an unserem Podcast. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben nicht mehr so viel zu sagen heute. Nee, wir sagen, gehabt euch wohl, sehr geehrte HörerInnschaft, wir freuen uns demnächst mit Ihnen zu dinieren und klatsch und tratsch zu lesen. In der Tat. Also bis dann. Bye. 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 Amen. Amen.